helene fischer eine lachnummer bitterer shitstorm für ihre weihnachts show helene fischer ist mit ihrer helene fischer show zurück bei den fans sorgt sie allerdings mit ihren hohen ticketpreisen für aufregung helene fischer hohe ticketpreise für ihre helene fischer show als bekannt wurde dass die helene fischer show 2023 endlich wieder nach der dreijährigen pause stattfindet sind die fans der 39 jährigen ausgerastet endlich gibt es eine neue ausgabe ihrer besonderen show zum ersten weihnachtsfeiertag tickets gab es ab dem 6 september auf ticketmaster zu erwerben es war zu erwarten dass der ansturm riesig sein würde dem war auch so denn schlager.de hat von der verkaufsplattform erfahren dass die tickets in wenige minuten alle vergriffen waren dabei waren die karten gewiss keine schnapper zwischen 269 und 399 euro kosten die sogenannten platin tickets zu teuer finden viele fans die auf x ehemals twitter ihrem ärger luft machten einigen eingefleischten helene fans war es allerdings wert diese stattliche geld summe abzudrücken und kauften fleißig die tickets doch auch nach erwerb der heiß begehrten tickets machte sich unmut breit helene fischer große enttäuschung bei den fans einige fans von schlager star helene fischer können sich freuen denn sie sind stolze besitzer einer karte für die erste helene fischer show zu weihnachten nach drei jahren die karteninhaber sind sicher froh zum zug gekommen zu sein schließlich waren die tickets auf ticketmaster äußerst beliebt doch auch wer eine karte ergattern konnte ist womöglich nicht ganz zufrieden denn wie mehrere instagram user berichteten wurden zusammenhängend gebuchte tickets im sitzplan auseinandergerissen das ist echt ein witz ich habe mich für den presale angemeldet und musste etwas warten alles gut aber dass die tickets dann nicht zusammenliegend sind und wir separat sitzen müssen ist doch eine lachnummer oder wie das schmerz Vielen Dank.